Da sind wir wieder bei Let's Play Minecraft Together mit mir, dem Hänger und dem Klaas. Ich geh jetzt mal Dirt-Vieh-Steen mit meiner Schaufel. Und der Sandro, der kümmert sich um den Ausbau unseres Feldes. Und die Redstone-Leitung kannst du dann auch gleich löschen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Also kommt noch alles. Wuh! Na komm, bewegt dich! Okay, wir haben ein paar Pülze. Ein paar? Ja, ungefähr einen Stack von beiden. Also von den Ruchten und von den Gerichten. Wie hast du die jetzt vermehrt? Ich hab mich eingebungen, dass es ganz dunkel war. Dann hab ich einen geplantet und den wachsen lassen. Wachsen lassen? Oder hast du Bonemeal drauf? Ja, Bonemeal natürlich. Okay, achso. Dann, wir können ja so einen kleinen, wir können doch unter, können wir nicht, ähm, Wenn man, wenn man, wenn man, äh, lass mich doch mal ehrlich sprechen. Uh, Weihnachtsmusik. Na, fast Weihnachtsmusik. Ding, 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 Jingle, Bums, Jingle, Bums. Ähm. Ich meinte, dass... Ach, da wird die Achse ja weggeschmissen. Ähm, unter, das, das, wo man mit, von der Leiter in unserem Haus runtergehen kann. Da, wenn man da nach links weitergeht, dass du da so eine kleine Kamera bauen kannst, wo so fünf, sechs Pilze am Boden dümpeln. Hm, dümpeln? Dümpeln. Dümpeln. Ich bin wie eine... Ich bin, ich bin der Schaufelbagger von Morg. Hier, 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 hier. Ja, hier, 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 hier. Na, komm. Es regnet, der. In mein Gesicht. Jetzt müssen wir es langsam machen. Ja, die sind auch mischaliert, anzubauen. Ich habe irgendwie mal sehr Spaß. Was denn? Die Dinger sehen geil aus. Der gefällt mir, der Große. Wieso kann man mit einer Schaufel so schnell den Dirt abbauen? Ja. Aber mit einer so einer effizienten Spitzhacke kein Kabelstorn so schnell abbauen. Ich will den auch so schnell abbauen können, wie das hier. Das geht dann voll ab. Beim Rätsel des Minecraft-Servers. Fragen wir Notch. Hey Notch, wie geht das? Äh, ja, ist gut. Sicherlich. Äh, ist das möglich? Notch ist doch nicht Stäuber. Ich weiß, ich habe das jetzt noch so ähnlich hören. Wo willst du das wissen? Ich muss schon mal reden hören. Natürlich. Ja, natürlich. Du bist dein bester Freund. Klar. Ja, eigentlich hat Sandro das Spiel hier programmiert. Notch hat nur seinen Namen drunter gesetzt. Er kennt den Horstie nicht. Horstie? Okay, da kommen ein paar Filiepilze hier drauf aus den Dingern. Dann mach doch mal diese Kruppel-Augen jetzt. Der eine oben lasse ich aber. Der sieht cool aus. Du hast den Pilz. Ja, der sieht cool aus. Außer er steht an dem Weg. Dann pflanze ihn in den neuen. Ich habe ne Idee. Warte hier mal. Bestimmt geil. Warte, es kommt. Ne. Oder? Alter, so weit will ich doch gar nicht. Ich drück einmal kurz. Oh, ein Hund. Habe ich Knochen? Ja, ich habe Knochen. Mal schauen, ob zwei Knochen reichen. Hey, bleib hier. Willst du mein Freund sein? Offensichtlich nicht. Es wird schon eher dunkel. Und noch mehr Dirt. Oh, es sieht aber finster aus, dieses Teil. Ich komme nochmal wieder zurück hier. Ich habe es doch gewusst, ey. Was denn? So ein scheiß Blatt. Hat mir schon wieder voll in meinen linken, in meinen rechten Arm und in meinen rechten Fuß geschossen. Ich müsste eigentlich hoch... Invisible. Oh, ja. Oh, hast du es? Ey, die rechte von den kleinen Trumen. Und dann baut er noch ein Schild hin, wenn es geht. Invisible. Oh, ich kann mir gar nicht mehr flängern mit Redstone. Oh, ich kann mir gar nicht mehr flängern mit Redstone, wenn er geht, wenn ich merke. Warum nicht? Keine Ahnung. Wie lange dauert es denn, der Invisible? Acht Minuten. Ja, acht Minuten ist das längste, was es gibt. Kann man den auch mit normalen Spinnenauge machen und dann Redstone drauf? Nee, oder? Bei welchen? Nein. Wieso steht da ein Pilz? Was denn Pilz? Das ist mein Pilz. Dein Schampilz, oder was? Lass bloß den Pilz so oben stehen. Alter, was? Das sieht doch geil aus. Das sieht doch geil aus. Boaust du dein Haus rein, oder? Ich habe gar nicht eine Idee. Ja, so sieht sein anderes Haus aus. Ich habe echt nicht eine gute Idee. Es legte an der selben Stelle wie immer. So, du kleine Nutte. Das ist mein unsichtbares Tränke. Ja, 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 ja. Invisible. Ah, ich bin voll. Nee, ganz recht, ja? Ganz recht, ja? Ich mache mir jetzt Eisenschwerter. Hm. Eisenschwerter. Söhne. Gefahr. Resistenz. Wie es aussieht, haben wir keinen Platz mehr. Was? Kleine Truhe rechts. Achso, die kleine Truhe. Da ist nämlich der Night Vision drin und dann ist wieder invisible. Brauchst du grad noch? Ja, gleich mal einen trinken hier. Sieht so geil aus, wenn du ne Rissung an hast. Na, ihr geht hier und rennt ein nackter Mann rum. Und er ist unsichtbar. Kann ich aber auch. Was? Was? Siehst du die Flasche rumlaufen? Au! Siehst du die Flasche? Eheh. Eheh. So, jetzt siehst du mich nicht mehr, oder? Doch. Nö, wie siehst du mich? Warte. Aha. Du bist auf der Druckplatte. Mongo. Eheh. Ist echt witzig. Oh ja. Und ich glaub, Mobs sehen uns dann auch nicht mehr. Aber jetzt nicht bitte alle verschwenden hier. Wie viele von diesen Spinnenaugen haben wir denn? Ah, ich hab 27. Oh, 23 haben wir noch? Okay. Mal 23. Dann... Zuläng ich gleich gemacht. Aber sieht so geil aus. Wie wenn man uns das mal rumrennt. Unsichtbarkeitsspray. Von Spongebob. Baba. Tada, siehst du den Hellen? Ich bin ein Geist. Siehst du den Hellen? Oder die Schuhe? Warte, du musst nur die Schuhe anziehen. Siehst du die Hose? Huuu. Siehst du die Schuhe? Du, 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 du. Du, du du, du. Du, du. Ich dance! Sieh noch, Simon. Einer Schwetter zu oder wie? Warte, mal. Ja. Feil! Nein! Falsch! Arro-Push! Ja, warte. Au! 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 Ich weiß gar nicht in welcher Sicht ich jetzt bin, jetzt bin ich wieder Ego. Au! Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Au! Wo bist du? Lol! Leck! Wo bist du? Ich hab dich gefunden. Ja jetzt hab ich einen Bogen genahnt, du Mongo. Wieso leck ich denn so? Alter du Mongo ey! Ist das geil! Boah, wie ich dich nicht sehe ey! Wie siehst du mich, du Tender Cheater? Naja, mein Trick ist... Ah, ich hab dich erwischt! Jetzt seh ich dich! Einmal! Wuh! So, jetzt kannst du nicht mehr in den Korb, du kannst am Mongo. Jaaa! Schlag dir deinem schwulen Schwert! Du siehst mich jetzt sowieso nicht mehr. Beim Regen. Du hast noch einen Fall in die Fresse gekommen. Naja. Zeig mir das Regen, wird hier außer laut. Warte mal kurz. Ja, der ist ewig laut. Nein, nicht Toggle dauer. Gib den Sound aus mal. Also. Komplett. Können wir jetzt weiter bauen? Unsichtbar. Wie lange hält das auch? Noch vier Minuten? Ne, ist erst um die Hälfte rum. Zeug sie mich jetzt wieder an hier. Ich will doch nicht nackt rumlaufen. Flitzer! Äh, was für ein Helm? Da ist er. Ist ja fast im Arsch. Du könntest mir helfen jetzt mit dem Ding an hier. Ja, kann ich. Kannst du vielleicht den Sand wegrotzen? Den Sand wegrotzen, ja. Alter, aber meine Schau hat schon ziemlich viele Leben verloren. Ja, ich mach mit deinem Auer eine. Wie denn gerade wegrotzen? Erstmal hier eben machen zu den Feldern. Also so. Der hat das schon bis ganz runter gehen. Also der ist den hier auch noch weg. Pass auf. Ja, ich weiss. Die sehen uns. Skelletto! Also eben machen, ok? Also bis hier hin. Aufwand 2. Creepa. Am besten kann ich Creepa anlocken. Nein, echt. Ja, wenn du willst. Ah fuck. So, und jetzt auf hier, so rüber. Warte, ich verzauber mal kurz den Schaufel bei mir. Leck mich, sind die Flitzombies. Meine XP, meine XP, meine XP. Schön für dich. Meine XP. Meine XP. Meine XP. Au, 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 au. Ja, doch. Die Tore. Wie du? dass ich alles gerade kein Leben verlieren. Das ist so krass mit der Rüstung. Hat der Regen auch gerade? Nö. Nö, also... Oh fuck. Hier habe ich ein bisschen zweit rein. So. Hier so. Ich weiß nicht, soll ich mir jetzt meine Rüstung verbessern? Äh, wieder neu machen? Oder das ist ne Schaufel. Ja, halt, ähm... Den Amboss reparieren. Pass auf, ne Schaufel... Mach ich ihn jetzt erstmal. Schaufel ist immer gut. Hey Creeper! Sieht der mich nicht? Ich könnte aber einen Bogen upgraden, oder? Der zweitrangig. Hm. Oh, Diamant. 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 Ich habe nur noch fünf. Ich kann mir theoretisch gar keine Rüste mehr... bauen. Wow. Um meinen Helm wieder ganz toll zu machen... ...räuchte ich... ...vier Diamanten... ...und 30 Level. Was? Aber ein Helm kostet fünf Diamanten, oder? Ja. 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 Und welchen Namen... Ja. Also, das heißt... Ich spare einfach. Was ich jetzt mache... Ich verzauber die Schaufel. So. Alter, wir hatten... Ich hatte 35 Diamanten. Die gehen schwer weg wie... ...warmes Semmy. Efficiency... ...5... ...und Unbreaking 3. Äh... Ich habe noch... Was habe ich noch drauf? Silk Touch 1... ...und Efficiency 4 habe ich. Also... Das ist noch ein bisschen schneller anscheinend. Ah, die hat aufgehört, oder? Ne. Ich bin in der Wüste. Ich weiss ich nicht. Äh... Ich bin schon fast... ...unten angekommen. Naja, ich glaube mit den... ...neun Schaufeln kann man auch... ...Sand durch Dörter setzen, oder? WTF? Oh. Das wird hoch. Und ja... Wieso geht es denn? Es fällt wie lang? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, sieben. Also... Hier rein. Oh scheiß Spinne. Oh. 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 Ich habe einen Schlag... Ich bin wegen der Schlagdiamanten zurück. Mit einem Schlagdiamanten rumlaufen ist nicht so pralle. Kannst du mit auch in Lava fallen. Ist mir eigentlich relativ... Ist ja nicht meine. Nee. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jo, da komm ich mal wieder. Unser Regen nervt ein bisschen, oder? Ja, ich bin hier gerade in der Wüste unterwegs, mich nervt gar nichts. Kannst du mal kurz hier hinten ein bisschen Dörr- äh, Sand aufheben? Ich bin nämlich voll. Und den Sandstein auch. Boah, meine Schaufel ist schon fast halb kaputt, ey. Das können wir eigentlich so lassen, oder? Oder wie sieht das aus hier? Du hast gesagt, ich soll jede Ebene auf dieselbe Höhe machen, hab ich gemacht, finde ich. Ja, wie sieht das aus? Ob ich das verlassen würde? Feucht, fröhlich sieht's aus. Brennen wir den ganzen Sand und bekommen Erfahrungspunkte. Alter. Ey. Ich hab so viel Sand. Wir haben so viel Kohle, meine ich. Wir müssen erst mal unten weiterbauen. Ja, Dörr findest du unten. Und Sand jetzt auch. Warte, ich bring mal da hin. Wir sind bei 20 Minuten. Fuck. Wie es hier weiter geht, seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Together mit dem Klaas und mir, dem Hänger. Bis zum... Warte, ich muss hier noch... So. Nächstes Mal. Tschau.